Meine Aufgabe, so haben Sie verstanden, ist es, Handlungsperspektiven aufzuzeigen, direkte Demokratie in Niedersachsen auf dem Bundesleben. Das werde ich gerne versuchen. Ich möchte aber mit der Behauptung anfangen, die Volksherbstimmung braucht Sie. Ich werde darauf noch häufiger zurückkommen. Mein Name ist Tim Weber. Ich bin verhandelt, habe drei Kinder, lebe in Ottersberg bei Bremen und bin schon seit ca. 20 Jahren für direkte Demokratie aktiv. Hauptsächlich bei Mehr Demokratie e.V. Das spielt aber gar nicht so eine große Rolle. Ich bin auch Förderer und gerne Förderer von der Omnibus GmbH. Im Grunde arbeite ich immer gerne mit Menschen zusammen, die sich für direkte Demokratie und für mehr Demokratie einsetzen, wie die organisiert sind. und ob die organisiert sind, ist für mich zweitrangig. Das spielt keine Rolle. Es geht um die Idee der Volksherbstimmung. Mehr Demokratie e.V. aus dem bundesweiten Verein wurde 1988 gegründet, ein Jahr später als der Omnibus. Und dieser Verein hat den Schwerpunkt, mehr Demokratie in einem engeren Sinn, sage ich mal. Und zwar geht es bei uns eben um die Volksherbstimmung, sowohl auf kommunale Ebene, Landesebene, Bundesebene und perspektivisch auch auf der EU-Ebene. Sie sehen schon diese aufsteigende Ebene. Wir neigen immer zu kommunalen Ebenen, das unten und dann geht es immer weiter höher. Wäre eine andere Diskussion, die ich heute nicht führen möchte, das Thema Wahlrecht, das Thema Transparenzgesetz. Also immer wenn es um demokratische Rechte des Bürgers, der Bürgerin geht, dann fühlen wir uns beworfen, uns dazu zu äußern und sich dafür einzusetzen. Mehr Demokratie ist, wie ich finde, eine sehr erfolgreiche Organisation, wie auch die Omnibus GmbH. Das kann man erstens an dem Wachstum sehen und das kann man sehen, dass es eine wirklich große Liste von Erfolgen gibt, die diese Organisation aufweisen können. Ich selber durfte auch bei mehreren Volksbegehren mitmachen, die erfolgreich waren. Aber das ist natürlich auch ein Problem. Denn ich erlebe es doch immer wieder, dass Menschen sagen, naja, um das Thema Demokratie kümmert ihr euch ja. Das gibt euch ja. Und dann zuckt es so bei mir nicht, weil ich ganz genau weiß. Nein, wir paar Männigen, also wir werden die Bundesweite Volksabstimmung nicht einführen. Also wenn sich da irgendjemand drauf belassen sollte, dann müsste ich überlegen, ein neues Betätigungsverhältnis suchen, weil ich es ja sogar vielleicht behindere. Wenn also irgendwelche Leute sagen, wow, da gibt es jetzt mehr Demokratie, das ist klasse. Nein, die Volksabstimmung braucht sie. Also mehr Demokratie und ordentlich Omnibus, wir machen das nicht, wenn man das so denkt. Also Sehnsuchtswort, das stimmt was nicht, aber wenn ich, also an Sehnsucht denke ich dann an die Portugiesen, an die Saudade, das ist auch gut, dass es nicht ganz gut übersetzt ist. Und das Problem ist ja, wenn man so sehnsüchtig ist, dann, das kann so ein Zustand der Passivität sein, dann hat man Sehnsucht und Sehnsucht, aber kommt gar nicht in die Aktivität. Also Sehnsucht alleine ist schon mal toll, ich kann damit was anfangen, aber das reicht natürlich nicht, das muss das Wollen auch noch dazu kommen. Wir sind nur bis hier heute hier, dann sehen Sie zu Ort. Ich wollte auch nicht widersprechen, sondern nur den Ball aufnehmen, sobald du mich so angeguckt hattest, ja, dann habe ich das Gefühl, ich muss da was zu sagen. Oh, komm. Und wenn man jetzt guckt, warum haben wir eigentlich die bundesweiten Volksentscheide nicht, dann kann man natürlich zu Recht sagen, ja, das liegt an den Politikern, an den Berufspolitikern, denn die führen das nicht ein. Denn es ist so, wenn man historisch guckt, darauf komme ich gleich nochmal zurück, Volksentscheide werden in der Regel eingeführt, das Recht auf Volksabstimmung, durch ein Beschluss des Parlaments. So, das Parlament führt es nicht ein und dann kann man ja sagen, die sind irgendwie schuld, dass wir es nicht haben. Und da ist natürlich auch in die Gefahr, dass wir es von uns wegschieben, dass wir sagen, naja, es liegt an den Politikern und es liegt nicht an uns, dass wir es nicht haben. Auf Bundesebene gibt es Artikel 20.2, ein wunderbarer Artikel, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus, sie wird vom Volke in Wahrheit in Abstimmung und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung ausgült. Also dieser Artikel beschreibt unsere ganze Demokratie, die indirekte Demokratie, die ich übrigens auch sehr schätze, ich bin im Kommunal-Level-Dottersberg, also ich bin fast der Liebhaber der Demokratie, auch der indirekten Demokratie, aber das Wort Abstimmung, das steht da und das Wort weiß, also das Wort selber weiß schon, was es da soll, aber dieses Wort langweilt sich da. Also mit ein bisschen Pathos könnte man sagen, das Wort ist unerfüllt, aber wenn wir es jetzt mal ein bisschen lustiger machen, stellen Sie sich mal vor, Sie sind das Wort Abstimmung in Artikel 20.2. Ja, Sie würden sich schrecklich langweilen, weil Sie haben nichts zu tun. Das steht da. Das ist ein unerfüllter Auftrag des Grundgesetzes, der nicht zum Tragen kommt und jetzt fragt man sich natürlich ja, ja wie kommt es denn? Weil der Bundestag und Bundesrat, die führen es nicht ein. Und wenn ich jetzt aber in die Geschichte gucke, also in welchen Staaten wurde direkte Demokratie eingeführt, obwohl sie noch nicht da war, Das ist die Schweiz, 1874, 1891, das ist die USA übrigens, es war nicht nur die Wahl des Präsidenten heute, sondern es fanden sehr viele Volksabstimmungen statt, in sehr vielen Gliedstaaten, nicht auf nationalstaatlicher Ebene, aber auf Gliedstaatenebene. Und jetzt als jüngeres Beispiel, wie ich finde es ja hoffnungsvoll, in Island wird wahrscheinlich direkte Demokratie eingeführt, obwohl das Instrument vorher noch nicht da war. Und es sind in meinen Augen eigentlich immer drei Punkte, die da zusammenkommen. Erstens, es ist eine Krisensituation da. Eine Krisensituation, die damit zu tun hat, dass Menschen an Geldern, an Materien, die sie haben, verlieren, das Aachen steigt. Zweitens, wir haben es damit zu tun, in den Situationen mit einer wirtschaftlichen Machtkonzentration, dass also sehr wenige sehr viel Macht in der Hand halten. Das war um die Jahrhundertwende häufig dann auch noch Politik und Wirtschaft in eins. Jetzt ist es mehr so, dass es praktisch nur noch Finanzen und Wirtschaft ist, weil wir brauchen die Politik gar nicht mehr so. Das reicht für die Bankenkonzentration, die wir haben. Und das dritte Moment ist, es gibt eine starke soziale Bewegung, die sich für direkte Demokratie einsetzt. Also nicht eine Organisation mehr Demokratie, die machen das schon, sondern eine starke soziale Bewegung. Das konnten wir auch in Stuttgart beobachten. Als viele Menschen auf die Straße gegangen sind und gesagt haben, wir wollen da hier mitbestimmen, wir wollen eine Volksabstimmung und es gibt ein Konflikt in der Elite, den gab es oder in Elite, das ist das falsche Wort, in denen, die die Entscheidungsmacht haben, dann kommt es zu einer Volksabstimmung. In Stuttgart hat leider nur der Einzelfall, weil um die ging es ja gar nicht. Aber wenn man sich das historisch anguckt, also US-Bundesstaat, Oregon, Kalifornien, Schweiz, ist egal, wo sie hingucken, Island. Also immer dann, wenn direkte Demokratie neu eingeführt wird, obwohl es die gar nicht gibt, also wenn ein Parlament das beschließen muss, die machen das nicht wirklich freiwillig. Sondern das ist, also Demokratie ist kein Geschenkartikel, den ich mir kaufen kann, sondern das geht wirklich, es muss eine Krisensituation da sein, es muss eine wirtschaftliche Machtkonzentration sein und es muss eine soziale Bewegung sein, die sich dafür einsetzt. Und was mir, also ich bin jetzt, im Vergleich zu Johannes, erst 20 Jahre aktiv und ich diskutiere wirklich gerne um direkte Demokratie. Mir ist das noch nicht langweilig geworden und ich vermute, dass hier auch einige sind, die das Bedürfnis haben, darüber zu reden. Und das sollten wir dann noch machen. Dem sollten wir Raum geben, über Vor- und Nachteile der direkten Demokratie zu reden. Und ich glaube ganz sicher, natürlich hat direkte Demokratie auch Nachteile, keine Frage. Aber in der Abwägung überwiegen die Vorteile. Aber das interessiert die Politiker natürlich gar nicht. Ja, das interessiert die nicht, dass ich auf jedes Argument weiß ich, was besser ist. Das weiß ich aber besser. Und dann sage ich eben, eine Studie und die Studie hat doch gezeigt und das hier und so. Die geben mir sogar recht. Aber im Grunde interessiert die das nicht wirklich, die Argumente. Sondern sie wollen es nicht. Sie wollen keine direkte Demokratie. Warum wollen sie es nicht? Ich glaube, das hat mit Ängsten zu tun. Also wir in Deutschland sind aufgrund unserer Geschichte stark mit Ängsten konfrontiert. Ja, wir sind sehr ängstliche Menschen. Ist historisch auch begründet. Also das will ich jetzt gar nicht wegtun. Und zweitens geht es natürlich um Nacht. Ja, also es macht dann eben doch lieber Spaß alleine zu entscheiden. Ja, aber jetzt noch jemand, der auch mit entscheidet. Das ist lästig. So, und ich glaube, also wie gesagt, ich will das überhaupt nicht, also ich möchte gerne mit euch auch über direkte Demokratie diskutieren. Aber den Politiker, wenn ich das jetzt mal so pauschal einfach sagen darf, den überzeugt mehr, dass der Menschen sind, die sagen, ich will das. Also wenn wir jetzt, wenn mehr Demokratie, die kenne ich übrigens auch sehr gut hier in der Europa schon, ja, guten Tag, Herr Weber, hallo, was haben Sie denn diesmal, ne? Und dann erzähle ich denen meine Argumente, die hören möglichst zu. Und dann wird das Gesetz in einem kleinen Detail geändert und ich freue mich. Dann ist ja jetzt super, habe ich ja wieder die Bedingung verbessert. Aber es ändert sich nichts im Grundsatz. So, wenn aber jetzt sozusagen Leute hinkommen und sagen, ich will das, das macht doch viel mehr Eindruck. Und 2009, zur letzten Bundestagswahl, hatten wir eine Kampagne, so eine Flugblattkampagne. Und uns ist dann wiederum über Abgeordnete zugetragen worden, dass die von ihren Kollegen angekommen sind. In meinem Wahlkreis wurde ich zwei, dreimal auf dieses Thema angesprochen. Das gibt es ja gar nicht. Ich komme da gar nicht mehr dran vorbei. Das ist schon mal schön. Das heißt, da waren Menschen aktiv, die wir nicht kennen. Also ich habe nicht das Bedürfnis, alle Aktiven zu kennen. Sondern es muss eben auch sein, dass Menschen von sich aus aktiv werden. Und wir werden sicherlich auch zum Jahr 2013 wieder eine Kampagne machen, der Omnibus wird auch was machen. Und es wird wichtig sein, dass sich möglichst viele Menschen mit dieser Idee der Volksabstimmung verbinden und sie einfordern. Also wir haben die Volksabstimmung auch deswegen noch nicht, weil es eben möglicherweise bisher nur eine Sehnsucht ist und auch kein Problem ist. Es sind noch zu wenig Menschen, die sich dafür einsetzen. Also gewissermaßen ist es korrekt, dass wir die Volksabstimmung noch nicht haben. Soweit zur Bundesebene. Jetzt würde ich zu Niedersachsen kommen. In Niedersachsen ist die Situation eine etwas andere, denn wir haben schon direkte Demokratie. Sowohl auf der Landesebene als auch auf der Kommunalebene. Es ist beides mal sehr schlecht geregelt, aber wir haben das Instrument. Es gibt einmal die Volksinitiative, das heißt, wenn 70.000 Unterschriften gesammelt werden, es läuft gerade auch eine Betreuungsschlüssel in Kindertagesstätten und Kinderkrippen. Wenn aber diese 70.000 Unterschriften gesammelt werden, kommt es zu einer Beratung im Landtag und das war es. Dann wird dieses Instrument auch. Daneben gibt es noch die Volksgesetzgebung. Die Volksgesetzgebung hat drei Schritte. Im ersten Schritt der sogenannte Zulassungsantrag, muss ich 25.000 Unterschriften sammeln. Im zweiten Schritt muss beim Volksbegehren muss ich ca. 10% der Unterschriften sammeln. Und dann im dritten Schritt kommt es zum Volksentscheid. Also steht in der Niedersächsischen Verfassung so drin. Das ist jetzt kein Märchen, was ich erzähle. Das steht da drin. Und einige Füllen kennen das auch noch gar nicht. Und warum? Weil es nie zur Anwendung kommt. Das ist nicht ganz so langweilig, nicht ganz so wie das Wort Abstimmungen im Artikel 20.2. Ist aber tendenziell auch unterfordert. Das kann man schon so sagen. Die Teile sind die Frage, die 10% sind auf die Stimmerechtigten. Also ca. 6 Millionen Stimmerechtigte. Man muss dann, je nach, das ist ein bisschen komplizierter, das will ich Ihnen erinnern, weil Leute, man hat 6 bis 12 Monate Zeit, muss man 600.000 Unterschriften zusammekriegen. Also eine Menge Holz. Ist aber schaffbar. Ist schaffbar. Also das ist jetzt, ist anstrengend, aber es ist schon erreichbar. Und der dritte Schritt ist dann der Volksentscheid. Und bei dem Volksentscheid in Deutschland gibt es eine Besonderheit. Die erste Abstimmungsregel ist Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Das leuchtet irgendwie ein, das macht demokratisch Sinn. Aber die zweite Abstimmungsregel ist bei einfachen Gesetzen, jeder vierte muss hingehen und mit Ja stimmen. Das ist ein sogenanntes Zustimmungsquoten von 25%. Also in Niedersachsen müssen 1,5 Millionen Menschen hingehen und dann Ja stimmen für das, was du forderst. Und bei Verfassungsänderungen sind es sogar 50%. Das heißt, da müssen 3 Millionen Menschen hingehen und Ja stimmen. Also wer sich dann mit den Instrumenten auskennt, weiß, dass besonders diese zweite Hürde im Grunde nicht schaffbar ist. Wenn wir uns in Niedersachsen angucken, sehe ich drei Tätigkeitsfelder, wo man aktiv werden kann. Das ist einmal die direkte Demokratie selber. Und hier sowohl auf der kommunalen Ebene als auch auf der Landesebene. Auf der kommunalen Ebene spricht man bei der direkten Demokratie von Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden. Ich kann Ihnen nicht mal sagen, warum das so ist, aber es ist so, Bürgerbegehren, Bürgerentscheid, kommunale Ebene, Volksbegehren, Volksentscheid ist Landesebene. Und auch die Bürgerbegehren und Bürgerentscheide sind ein äußerst schwaches Instrument. Also in Niedersachsen gibt es seit 1996 Bürgerbegehren und Bürgerentscheide. Es gab 246 Bürgerbegehren und 76 Bürgerentscheide. Also statistisch, glaube ich, alle 130 Jahre, bevor Gemeinde und Bürgerentscheid, das muss schon sehr alt werden, um das mal erleben zu dürfen. Wenn man das mit anderen Bundesländern vergleicht, zum Beispiel mit Bayern, und wenn man vergleicht, was in Bayern passieren kann, dann sieht man, dass in Bayern auf kommunalen Ebene, das kriegen wir oft gar nicht so mit, und wir belächeln Bayern ja immer eher, dass wir sagen, was haben die mit Demokratie zu tun, hängt damit zusammen, dass wir Bayern mit CSU gleichsetzen. Ich habe da sechs Jahre gewohnt und kann bestätigen, das ist so nicht. Da gibt es auch noch anderes. Unter anderem gibt es direkte Demokratie sehr viel lebendiger als bei uns. In Bayern gibt es Bürgerbegehren und Bürgerentscheid. Und richtig spannende Fragen, also zum Beispiel Cross-Border-Leber-Verträge oder öffentlich-private Partnerschaften, wo es um Millionen Verträge geht und wo es darum geht, dass der politische Raum zurückgedrängt wird, darüber stimmen wir in Bayern ab. Privatisierung eines Wasserwerkes, darüber stimmen wir in Bayern ab. Das geht bei uns alles nicht, weil dann heißt es immer, so ein bisschen so früher, wie Mama und Papa früher darüber reden. Das ist ja in Deutschland so, mit der Schuldenbremse zum Beispiel. Die Schulden steigen immer und in Deutschland ist es beliebt, dann verbieten wir das einfach. Dann dürfen wir nicht mehr. Das ist mit dem Meeresspiegel übrigens auch so. Das steigt immer und wir verbieten das dann einfach. Man darf nicht steigen. Steigen wir natürlich trotzdem. Und bei der direkten Demokratie werden die Themen einfach verboten, einfach abgesägt. Und dadurch geht uns ein wichtiges Handlungsinstrument verloren. Also das wäre im Grunde für Gewerkschaften, für die Naturschutzverbände, für Bürgerinitiativen, wäre das ein wahnsinnig tolles Instrument auf der Kommunalebene, um gemeinsam zu gestalten. Und da ich selber schon ein Volksbild gern organisiert habe, erfolgreich und noch nicht erfolgreich, und wer schon mal bei Demonstrationen war oder bei Kampagnen dabei war, der weiß ja, wie lustvoll es sein kann, wenn man demokratisch gemeinsam etwas gestaltet. Das kann ja nicht Spaß machen. Und bei der direkten Demokratie ist das sozusagen auch, das hat viel mit Herausforderungen, mit Pflicht zu tun, aber es hat eben auch was mit Spaß und Lust zu tun. Und diese Möglichkeiten der demokratischen Erlebnisse werden uns in Niedersachsen abgestellt. Ein zweites Handlungsfeld wäre die direkte Demokratie auf Landesebene, wobei wir hier das Problem haben, das wäre eine Verfassungsänderung und wir hätten die 50% Zustimmung, also eine sehr hohen Hürde. Ein weiteres Handlungsfeld wäre das Wahlrecht. Das wird bei uns auch immer so ein Schattendasein, da haben wir immer das Gefühl, das ist so von oben gekommen und das ist nicht veränderbar. Wenn Sie mit Parteipolitikern reden und Sie sagen, wir wollen das Wahlrecht ändern, dann sagen Sie, Moment mal, wir haben doch eins und das funktioniert doch, also wir werden doch gewählt, da kommt eigentlich immer, es müssten mehr Leute hingehen. Das ist eigentlich so, also das Politik- und Demokratieverständnis bei doch vielen Gesprächspartnern, die ich auch Parteigegner habe, hören da eigentlich auf. Demokratie ist, wenn mehr Leute zur Wahl gehen. Das sehe ich anders. Also Demokratie ist doch wesentlich mehr und das Wahlrecht zu berühren, das ist natürlich eine total spannende Frage, weil das geht ins Machtzentrum der Partei. Also da verstehen die nicht besonders viel Spaß. Und muss ich zugeben, dann macht es mir das Recht Spaß, das ist vielleicht ein bisschen boshaft an der Stelle. Aber das ist ein Punkt, was wir in Bremen und Hamburg auch geschafft haben, wir haben das Wahlrecht dort in zwei Städten geändert und beides Mal hieß es, das geht nicht, das muss nicht sein und wir haben es eben doch gemacht und zwar durch Bundesländer. Durch Bundesländer, dankeschön. Hamburg und Städte, naja, es sind auf jeden Fall Städte, auch Bundesländer, nur Städte. Und die dritte Möglichkeit, jetzt ein Thema, was sehr aktuell ist, was sehr beliebt ist, ist Transparenzgesetze. Also es gibt in fast allen Bundesländern Informationsfreiheitsgesetze, das heißt, ich habe Anspruch auf Informationen, die müssen mir ausgehändigt werden. Es gibt fünf Bundesländer, die das nicht haben und Niedersachsen gehört dazu. Das heißt, hier gibt es Abgeordneten sogar so, dass sie bestimmte Akten einfach nicht bekommen. Und was Johannes angesprochen hat mit den Lobbyisten, das hat der Marco Bülow in seinem Buch wunderbar beschrieben. Der Bundestagsabgeordneter der SPD, der hat gesagt, bestimmte Informationen bekomme ich nicht vom Ministerium, ich bekomme sie aber vom Lobbyisten. Und dann arbeitet er mit den Lobbyisten nun gedrungen zusammen, weil er da die Informationen kriegt und vom Ministerium nicht. Also das ist schon fast, das ist wirklich erledigt. Also da stimmt irgendwas nicht. Ich bin wirklich ein Freund des Parlamentarismus, ich mag den. Aber deswegen gefällt es mir auch, Sachen, die nicht gut zu laufen, klar zu benennen, damit sie besser werden. Also direkte Demokratie, die vorgegängste Aufgabe wäre, den Parlamentarismus zu reformieren. Ich zitiere Johannes. Und ein Informationsfreiheitsgesetz oder wie in Hamburg ein Transparenzgesetz, da heißt es, dass alle wichtigen Informationen, also auch Verträge, die ja gerne immer geheim gehalten werden, wegen Beschäftigungsbetriebsgeheimnis, das ist übrigens ein Blödsinn. Also das meiste, also wenn da ein Patent drin ist, das ist geheim, aber alles andere kann offengelegt werden, werden in Hamburg mittlerweile offengelegt. Also auch das wäre ein Handlungsfeld für demokratische Erneuerung, für demokratische Reformen hier in Niedersachsen. Es findet jetzt ja im Januar in der Landtagswahl statt und natürlich, die Hoffnung stirbt ja nie aus, freue ich mich auch darauf oder hoffe, dass ich zum Regierungswechsel komme. Ja, weil ich schon weiß, bei meinen Themen, die ich wichtig finde, ist Rot-Grün offener als Schwarz-Gelb. Das ist relativ klar. Ich weiß aber natürlich auch, dass, nee, andersrum. Also erstmal freue ich mich darauf. Und da ist zum Beispiel ein ganz einfacher Punkt, wenn die Koalitionsverhandlungen haben, wo man wirklich relativ einfach Einfluss ausüben kann, wenn man denen dann Briefe schreibt und sagt, du bist im Übrigen, ich bin für die Volksfeststellung. Das kann man als Privatperson machen und das kann man auch als Organisation machen. Ich weiß ja natürlich, alle Organisationen haben immer ihre eigenen Themen, die sie auch wichtig finden. Und das kann ich auch verstehen. Aber die müssen zum Schluss nur PS schraben. Und im Übrigen, finde ich, sie sollten die direkte Demokratie in Niedersachsen verbessern. Nur uns muss klar sein, auch wenn Rot-Grün kommt, das kann man jetzt wunderbar in Baden-Württemberg beobachten, das kann man in Nordrhein-Westfalen beobachten, die reformieren das Instrument dann, aber da sind auch nur Fußangeln dabei. Ja, die, also da, die sagen dann doch, ja, wir wollen schon, dass immer mehr Themen abgestimmt wird, aber doch nicht über alle. Irgendwie, ja, nee, wo, also Bukäne haben wir noch nie gemacht, wo Bukäne denn dahin, ne, Bukäne man nicht. Wenn man sich nochmal anguckt und fragt, warum ist in Bayern denn die Regelung von Bürgerbegehren und Bürgerentscheid zu gut und warum ist in Niedersachsen so schlecht, das liegt natürlich nicht an der CSU, sondern wir haben damals einen Volksbegehren und einen Volksentscheid gemacht. Ja, wir haben das einfach selber geschrieben, das Gesetz. Und dann ist es natürlich besser und es ist bürgerfreundlicher und mittlerweile wird dieses Gesetz sogar von der CSU dort verteidigt, das ist ein gutes Gesetz, das können wir gebrauchen. Ich wurde neulich gefragt von Beschäftigungsumfrage, um die Umfrage, Mitarbeiter, ganz wichtig, also hat mir gefallen, und da war eine Frage, was hast du für eine gute Idee, die du bisher nicht umgesetzt hast? Also, ich würde eigentlich gerne ein Volksbegehren in Niedersachsen machen. Das ist so ein Wunsch, den ich noch habe. Ich traue mich bisher nicht, weil ich weiß, das ist ein Flächenmerk, ich weiß, wie anstrengend das ist. Ja, wenn ich die Organisation anspreche, sagen die auch, ja, die sind auch so zögerlich. Und eigentlich bräuchten wir einen starken Impuls, dass wir sagen, jawohl, in Niedersachsen, wir machen jetzt ein Volksbegehren. Vielen Dank. Vielen Dank.